Wir fragen, wie eine Ethik des Alterns möglich ist und ein gelungenes Leben denkbar in der Perspektive der Endlichkeit und des Alterungsprozesses. Es gibt aber keine isolierte Ethik des Alterns, vielmehr müssen die altersspezifischen Fragen auf die Grundfragen der universalen Ethik und Moralphilosophie bezogen werden. Die späte Lebenszeit lässt sich nämlich als eine Radikalisierung der menschlichen Grundsituation verstehen, womit zugleich einem Isolationismus der Lebensalter widersprochen wird, ohne deren tiefgreifende Unterschiede zu verkennen. Was bedeutet es für die ethische Selbstreflexion des Individuums und für die gesellschaftliche Diskussion und Praxis, das im Alter der menschliche Selbstwertungsprozess andauert und endgültig Gestalt annimmt? Wir existieren während unseres ganzen Lebens als praktische Sinnentwürfe unserer Selbst, die auf Erfüllungsgestalten unseres Lebens ausgerichtet sind. Wir existieren als kommunikative Wesen in allen Praxisformen angewiesen auf die Mitmenschen. Eine Ethik des Alterns muss berücksichtigen, dass das Werden zu sich selbst kein subjektiver Prozess ist, sondern über kommunikative Erfüllungsgestalten praktischer Sinnentwürfe im gemeinsamen Leben ermöglicht wird. Unser Leben ist ein praktisches Werden zu einmaliger Ganzheit, die wir faktisch immer schon sind. Die menschliche Existenz als Werden zu sich selbst erhält ihre unverkennbare Gestalt durch tiefgreifende Wandlungen, die wir erfahren und die vor allem mit den Lebensaltern verbunden sind. Unser Leben ist von Beginn an durchgängig von Endlichkeit geprägt. Nur einmal Kind, nur einmal Jung, nur einmal das Erwachsenwerden, nur einmal die Erfahrung weichenstellender Lebensentscheidungen, nur einmal der Eintritt ins Alter. Es ist zu fragen, welche Bedeutung diese Grundzüge der menschlichen Lebenssituation, die Ausrichtung auf Sinn und Erfüllung, das kommunikative Wesen, die einmalige Ganzheit und die Endlichkeit des ganzen Lebens für ein gelingendes Leben im Alter haben. Physische, psychische, soziale und kulturelle Aspekte des Alterns zeigen in wechselseitiger Abhängigkeit, dass die leiblichen, zeitlichen, zwischenmenschlichen und die geschichtlich-kulturellen Bedingungen der humanen Situation gerade durch ihr Gestörtwerden im Prozess des Alterns bemerkbar werden. Mit ihnen meldet sich kein besonderes Problem des Alters, sondern es werden sinnkonstitutive Grenzen des Menschseins überhaupt in aufdringlicher und unabweisbarer Art und Weise erfahren. Das Leben ist wesentlich das Werden des Menschen zu sich selbst und als dieses von Negativitäten durchsetzt und von Zerbrechlichkeit, von Fragilität durchsetzt und geprägt. Wird die Kontinuität und Universalität der menschlichen Situation übersehen, dann führt dies zu einer Überakzentuierung der negativen Aspekte hinsichtlich des Alterns, obwohl diese Bedingungen für alle Lebensphasen konstitutiv sind. Das Werden zu sich selbst im Alter ist indes kein harmonisch verlaufender, zielgerichteter Prozess, sondern eine mühselige, von Belastungen und Entfremdungstendenzen erschwerte Aufgabe der authentischen Lebensführung und der Ausbildung eines vernünftigen Selbst- und Weltverhältnisses, deren Gelingen in teils schwer durchschaubarer Form von historischen und sozialen Bedingungen abhängt. Auch in der späten Lebenszeit bleibt der Mensch ein auf Erfüllung und Glück ausgerichtetes Lebewesen. Ebenso wie die anderen Lebensphasen ist das Leben im Alter ein riskantes, gefährdetes Werden zu sich selbst. Unter den spezifischen Bedingungen der späten Lebenszeit kann die vertiefte Einsicht in die Begrenztheiten des Lebens zur Grundlage einer durch Weisheit und Gelassenheit begünstigten Lebenszufriedenheit werden. Die Gestaltwerdung der einmaligen Ganzheit, als die wir das Leben verstehen, kann einen Zugang zu moralischen und praktischen Einsichten eröffnen, die in anderen Lebensphasen weniger leicht zu gewinnen sind. Endlichkeit, Negativität und Zerbrechlichkeit des Lebens werden erkennbar, weil unübersehbar. Ebenso wird die Angewiesenheit des Menschen auf kommunikative Solidarität durch Verlusterfahrungen und kulturell-soziale Entfremdungstendenzen deutlich. Die negativen Aspekte des Alterns weisen somit eine ethische Dimension auf und führen individual- und sozialethische Implikationen mit sich. Durch die Radikalisierung bestimmter Aspekte der menschlichen Situation wird im hohen Alter die Bedrohtheit des Strebens nach Erfüllung und nach Glück besonders deutlich. Die Endgültigkeit des gebrochenen Selbstwertungsprozesses besagt, dass im Altern das Leben seine Gestalt gewinnt und zur ganzen Lebenszeit wird. Die singuläre Totalität, die einmalige Ganzheit der menschlichen Existenz kann auch als ethische Zeit verstanden werden, in der durch persönliches Handeln und sittliche Einsicht, Schuld und Verantwortung, Autonomie und kommunikative Solidarität, Selbstverfehlung und moralisches Scheitern wirklich geworden sind. Im Alter nimmt die vergangene Zeit zu und die zukünftige ab. In der Endgültigkeit des Lebens sowie in der Erfahrung seiner Kürze ergibt sich für den alten Menschen die existenzielle Möglichkeit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Die Erfahrung der Vergänglichkeit und Flüchtigkeit manchen Glücks und der Fehlgeleitetheit nebensächlicher Wunschvorstellungen vermag eine Kraft zur Desillusionierung und zur gelassenen Täuschungslosigkeit wachzurufen. Diese nüchterne Haltung ist nicht mit Resignation und Interesselosigkeit zu verwechseln, sondern verwirklicht eine Form existenzieller Souveränität, moralischer Autonomie und humaner Selbstbehauptung. Die sich aufdringlich zeigenden Grenzen des Lebens müssen als konstitutiv für den Lebenssinn verstanden werden. Das Leben bringt den Tod mit sich. Die Freiheit ermöglicht auch das Böse. Formen von kommunikativen Altruismus, Mitmenschlichkeit, von Solidarität und Anerkennung müssen mit dem Risiko ihres Scheiterns und der Verletzung leben, können und gewinnen ihren Wert angesichts dieser Ungesichertheit der menschlichen Praxis. Wenn wir unseren Selbstwerdungsprozess in seiner Endlichkeit und Endgültigkeit begreifen, kann dies zu einem bewussteren Leben führen, in dem die Verschränktheit von Endlichkeit und Sinn offenbar wird und wodurch erst das wahre und beständige Glück möglich wird. Wenn wir mit Montaigne sagen können, dass Leben lernen, Sterben lernen heißt, so erfolgt damit keine Glorifizierung des Todes. Gefordert wird vielmehr die für ein autonomes Dasein unvermeidliche Auseinandersetzung mit der intensiven existenziellen Endlichkeit, die für alle Lebensalter, Vollzüge und Lebensformen bestimmend ist. Sterben zu lernen, das bedeutet, als sterbliches, vernünftiges Lebewesen am Gelingen eines selbstbestimmten und ethisch qualifizierten Lebensentwurfs zu arbeiten. Dazu gehört die kritische und unbefangene Aufklärung über Tod und Endlichkeit. Weil die Überbewertung, ja, Glorifizierung jüngerer Lebensalter, die Exklusion später Lebensalter, die Verdrängung der negativen Momente, der existenziellen Situation und entsprechend ideologisch verzerrte Altersbilder noch viel zu häufig gängige gesellschaftliche Praxis sind. So, ich verlagere mich ein wenig. Die Chance zu solchen Einsichten und mithin zu Weisheit, Gelassenheit und Tugendhaftigkeit kann selbstverständlich nicht ohne eigenes Zutun und reflexive Leistungen realisiert werden. Das Alter ist weder ein Garant für Altersweisheit, noch lassen sich diese Einsichten ausschließlich im Alter erreichen. Gerade darin, dass sie im Alter näher liegen und dass sie das Leben im Ganzen betreffen, liegt bereits der Grund dafür, dass ein genereller Isolationismus für die Persönlichkeitsentwicklung auch jüngerer Lebensphasen verfehlt ist. Intergenerationelle Verständigung kann die Entfremdungstendenzen des kulturellen und sozialen Alterns kompensieren helfen und jüngere Menschen zur bewussten Auseinandersetzung mit der Gestaltwerdung der einmaligen Ganzheit, die sie selber sind, bewegen. Das kommunikative Wesen des Menschen erfordert generationenübergreifende Anstrengungen, eine Kultur des Alters zu etablieren. Auch wenn sich lebensaltersspezifische Bedingungen auffinden lassen, die für ein glückliches Leben beziehungsweise einen gelingenden Lebensentwurf von Bedeutung sind und sich in Ratschlägen der Lebensklugheit formulieren lassen, so gibt es in moralphilosophischer Hinsicht nicht verschiedene lebensaltersspezifische Ethiken. Moralische Geltungsansprüche gelten universal und unbedingt. So verlangt Kants kategorischer Imperativ, dass wir keinen Menschen ausschließlich als Mittel zu unserem Zweck gebrauchen dürfen. Dieses Instrumentalisierungsverbot gilt unabhängig von Zeit, Ort und Alter. Es stellen sich natürlich Probleme, die das Verhältnis zwischen verschiedenen Generationen betreffen, insbesondere hinsichtlich der Gerechtigkeit und der kommunikativen Solidarität. Die Jungen sind, so trivial es klingen mag, die potenziell Alten. Um dies zu begreifen und entsprechend zu handeln, ist es nötig, eine vorwegnehmende, eine antizipierende existenzielle Fantasie zu entwickeln. Wer aufgrund eines verkürzten Menschenbildes die Einübung auf künftige existenzielle Situationen niemals gelernt hat, wird unvorbereitet auf die krisenhaften Erfahrungen des Alters sein und Konflikte und Verlusterfahrungen schwerer oder gar nicht verarbeiten können. Diesen Überlegungen folgend, sollten die jetzt Jüngeren den Alten nur zufügen, was sie dereinst von Jüngeren erfahren wollen. Eine humane Kultur des Alters muss sicherstellen, dass für die Alten kommunikative und existenzielle Erfüllungsgestalten ihrer späten Lebenszeit im gemeinsamen Leben mit anderen Generationen chancenreich ermöglicht und institutionalisiert werden. Institutionalisiert bedeutet, das sind soziale, politische und ökonomische Folgerungen, die sich hier anschließen. Nur in einer solchen Kultur, für die es sich zu streiten lohnt, kann der Traurigkeit und Vergänglichkeit, die das hohe Alter mit sich bringen kann, wie jede andere Lebensphase übrigens auch, mit der Ermöglichung von Autonomie und gelebter Solidarität begegnet werden, damit Menschen in Würde endgültig zu sich selbst werden können. Es ist an der Zeit, Altern gesellschaftlich-kulturell als kommunikativen und selbstreflexiven Prozess der Gestaltwerdung der einmaligen Ganzheit, der durch den Sichtwandel eines Sinn- und Leiderfahrenden Lebens geprägt ist, zu begreifen und zu befördern. Es gilt auch, die späte Lebenszeit als genuin menschliche Entwicklung zu verstehen und dies nicht nur der Jugend und Reife zuzuschreiben. Dementsprechend muss die Aufklärung über die späte Lebenszeit und das intergenerationelle Verhältnis bereits im Schulalter beginnen. Nur so kann die gesellschaftliche Praxis gelungene Formen gemeinsamer Verständigung entwickeln, die in allen Bereichen der Lebenswelt, etwa in der Pflege, der Palliativmedizin und den sozialpolitischen Altersdiskursen verwirklicht werden, anstatt an diese Stelle Zerrbilder ständig zu setzen. Die gesellschaftliche Diskussion über das Alter und damit verbundene Probleme kann natürlich nicht von ökonomischen Fragen getrennt werden. Sie muss aber kritisch auf verzerrende, klischeehafte Altersbilder überprüft werden, die ideologisch instrumentalisiert werden, um politische Interessen durchzusetzen. Dies gilt nicht nur für katastrophische Altersbilder, sondern auch, wie wir vielfach schon diskutiert und erwähnt haben, für die ausschließliche Orientierung an Wellness und Happiness, die sich als konsumistische Ideale der kapitalistischen Ökonomie anbieten. Hier ist eine Transformation des Menschenbildes entsprechend existenzieller Aufklärung und den damit verbundenen normativen Geltungsansprüchen dringend erforderlich. Es gilt, die Negativität auf vernünftige Art und Weise zu erfahren und zu verarbeiten, um von da aus zu einer wahrhaftigen Verständigungspraxis zu gelangen. Diese anzustrebende humane Kultur des Alterns kann ein Klima der gegenseitigen Anerkennung und des Voneinanderlernens schaffen, in dem klar wird, dass bestimmte Probleme als Probleme der ganzen Gesellschaft und nicht nur als von einer Generation verursacht begriffen werden müssen. Die hochmoderne Gesellschaft darf schließlich, oder wir sagen spätmoderne oder postmoderne Gesellschaft, es gibt allerlei Wendungen dafür, diese Gesellschaft darf schließlich die Tatsache des Alterns nicht medial verdrängen. Angesichts der universal geltenden Menschenwürde muss gesellschaftlich nicht nur gefragt werden, wie beeinträchtigte, benachteiligte, gehandicappte, nutzlose, langsame, auf Hilfe und Ansprache angewiesene, dem Ende zulebende Alte mit den komplexen Anforderungen einer technologisch aufgerüsteten Welt zurechtkommen, sondern was die Gesellschaft aus der existenziellen Tatsache des Alterns lernen kann und muss umgekehrt. Wir benötigen ein Bewusstsein des humanen Sinns der Endlichkeit, der Begrenztheit und Verletzlichkeit des Menschen, der Bleibenden. Gegen die ideale steter quantitativer Steigerung und Überbietung und der Selbstzweckhaftigkeit technisch-instrumentellen Fortschritts kann unsere Gesellschaft im Umgang und Gespräch mit alten Menschen den Wert der Langsamkeit, des Innerhaltens, des ruhigen Zurückblickens und Bedenkens, der Mündlichkeit, des Maßhaltens und des gelassenen Umgangs mit der eigenen Endlichkeit erfahren und erlernen. Um das Altern und die zeitliche Endlichkeit und Verletzlichkeit des Lebens zu begreifen, muss die tiefe Verbindung von Endlichkeit und Sinn erkannt werden. Dazu bedarf es eines gewissen Abstands von der unmittelbaren Lebenspraxis. Erst durch eine solche nachdenkliche, philosophische Perspektive kann es gelingen, die innere Angewiesenheit vermeintlich völlig unvereinbarer Aspekte des Lebens wirklich zu erfassen. Gewinn und Verlust, Vergänglichkeit und Sinnerfahrung, dass wenige das mehr sein kann, solche wirklich tragfähigen Dimensionen des ganzen Lebens kommen gar nicht erst in den Blick, wenn eine fälschliche Verdüsterung oder Verherrlichung des Alters erfolgt, wie in so vielen gegenwärtigen Medien und Ideologien. Wenn wir versuchen, das Altern auf die skizzierte Weise neu zu begreifen, dann führt dies letztlich zu einem neuen Lebensverständnis. Es wird so hoffentlich möglich, das Gespräch zwischen den Generationen, Gerechtigkeit zwischen ihnen, wie auch sinnvolle Formen gemeinsamen Lebens auch über die engeren Familienbeziehungen hinaus zu entwickeln. Neue Lebensformen, in denen alle Generationen und Altersstufen miteinander und füreinander denken und handeln können. Wohngemeinschaften, in denen dies versucht wird, es wurde schon darauf exemplarisch hingewiesen, Wohngemeinschaften, in denen dies versucht wird, oft mit überraschend positiven Ergebnissen gibt es bereits. Wenn wir die Perspektiven des ganzen gemeinsamen Lebens einnehmen, das Alter nicht künstlich abspalten, isolieren und dann mit vordergründigen Zerrbildern zu erfassen versuchen und so verfehlen, dann kommen wir Einsichten der modernen und gegenwärtigen Altersforschung näher, die sich prägnant so zuspitzen lassen. Erstens, das Alter als isoliertes Phänomen gibt es gar nicht. Also wenn man das so objektiviert einfach, als ob man wüsste, das ist das Alter. Zweitens, der Alterungsprozess ist nicht notwendig mit Krankheit verbunden. Das heißt, nur wenn wir das ganze Leben in seiner Zeitlichkeit begreifen, begreifen wir auch die spätere Lebenszeit in ihrer Eigenart. Und drittens, verletzlich sind wir immer, krank werden wir schon als Kind und wir können auch sehr lange gesund sein. Neue, lebenstragende Lösungen können wir für unsere Lebensgestaltung erst gewinnen, wenn wir bereits früh in der Erziehung zu einer Erziehung zum ganzen Leben und zu einer Aufklärung über das ganze Leben kommen. Dann können wir die Frage, was bedeutet das Recht verstandene Altern für eine humane Kultur, neuen Antworten zuführen. Dankeschön. Applaus